malzeit willkommen im videomagazin und einem weiteren video zu einem alapin coaster diesmal sind wir wieder in bayern ich bin am besten ein was gibt es hier alles zu erleben ihr habt natürlich den alpino coaster der sehr kurz ist und wenn er gerade auf geschwindigkeit ist schon wieder vorbei ist vor allem die letzte helix wird schon gesagt dass man da langsam fahren soll minigolf mit diesem standard minigolf bahn gastronomie und maß natürlich schöne landschaft hier ist ein fußballplatz der wird auch nicht dazu aber auch das snow tubing gibt es hier habt ihr schlauchboot gummi reifen weil wir den berg hochgezogen und es geht einfach nur straight gerade runter auf so einer sommer schnee bahn was vom skispringen kennt diese grünen zu langen kunstrasen teppiche die überwässert sind das ist geil das ist ein must do das muss man auf jeden fall gemacht haben also dafür würde es sich schon lohnen hier zu kommen ansonsten ist es eigentlich nur so ein der dinge account ist count macht es nicht so bock der coaster eigentlich schade aber noch erfüllt seinen zweck ansonsten sind jetzt noch ein paar impressionen und mein erlebnis mit dem snow tubing viel spaß dabei schade aber noch so etwas schade aber noch ein paar schade aber auch schade aber auch das ist doch krank aber ich mache das jetzt also der alpine coaster lohnt sich nicht es geht gerade los schon vorbei aber das sieht echt krank aus und das check ich jetzt mal machen wir noch sonst eine chance mit delphinen die ziehen dann ein übers wasser das ist das schlimme das teil der oben sich ausdeckt zieht das finger rein und nimm es mit rein da ist klar Ja, okay. Ich bin noch mal gerade eben, ne? Nö, ich nicht. Er schon. Auf oben, du hast noch oben dabei. Eher besser, wie's Geld ist. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Jo, schön verfallen, ne? Jo. Ja, ihr werdet noch drüber ziehen, ne? Nein! Oh Gott! Ohhhh! Ohhhhh! Halt! Ohhhh! Fuck! Oh fuck, oh fuck, oh fuck! Dreh, dreh, dreh! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Ohhhhh! 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 Hahahaha! Hahahaha! Mega witzig, ey! Du musst das aufmachen! Das ist alles nass! Nass! Ja, das ist komplett verfeuchtet! Ja, das waren noch ein paar Impressionen und meine Lieblings mit dem Snowtubing hier in dem Video. Das war's! Abonniere diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen! Und ich bin raus! Euer Bro from Threadway Videomagazin! Ihr seid die coolsten! Aufmerksam. He釀 J Sọ J Sensen J S zien